so meine damen und herren herzlich willkommen hier zu einer neuen folge von armung ass ist das jetzt was neues dass da jeder so einen komischen irgendwas über seinen kopf hängen hallo captain hoch wie geht es ihnen ja wieso hat er die farbe geändert vorhin nicht eine andere farbe kann sein so gucken wir mal neuen zuschauer herzlich willkommen da geht vielleicht noch einen daumen nach oben bitte kommen ein daumen nach oben leute ein daumen nach oben ein däumchen während räumchen ein zuschauer hier auf twitch haben wir sind wieder voll oder ich will mich ach so ich wollte doch die tasks ändern aber naja hast ja gesehen hier endlich ich will die pizza essen ja ich komme ich dann so schauen wir mal kann ich jetzt abschließen das ist doch alles traurig muss mal eine aufgabe mehr machen doch da drin eine aufgabe geht es aber schnell meine damen und herren das ist ein schöner name es war ein doppelmord gruselig krokodil bist du drin tulli 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 ist nicht dabei warum bist du nicht dabei wo bist du aha wie man die leute beeinflussen kann da nehmen wir einfach sagt ich gebe das sagen die anderen alle ihr das gebe ich auch mal hier sonst gehen wir auch mal und in wirklichkeit manetti wo bin ich denn ich geh jetzt erst mal reaktor ob wir denn er diese komische aufgabe hier und riefen 6 7 8 9 10 8 9 10 8 9 10 eh 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 geht nicht ich habe noch nie gemerkt dass das so blaue leds im boden eingelegt sind waren die schon immer da weiß dass jemand das ist mir in all den monaten nicht aufgefallen hallo wie geht's dir geht's dir gut bananen splitt du brauchst keine angst haben ich würde niemals jemand umbringen das habe ich nur in der anfangszeit gemacht das war nicht schön seitdem töd ich keinen mehr begeben ans dorit der body ehrlich das geht während eines alarms ging das früher auch ok yellow oha yellow please skip oha skippen oder yellow raus wählen das ist hier die frage ok was hat er einmal imposter das würde ich niemals reinschreiben wenn jemand einmal imposter reinschreibt dann wähle ich den immer raus vielleicht muss auf die toilette und will nicht mehr mitspielen jetzt wollen wir sehen jetzt wollen wir sehen jetzt wollen wir sehen wie auf Bis zum nächsten Mal.